Musik Zuletzt drängen Berichte aus dem isolierten Land, dass auch Soldaten Hunger leiden müssten und schlecht versorgt würden. Page 4 Besser dürfte es den Spezialeinheiten gehen. Ihre Stärke soll rund 200.000 Mann umfassen. Mit rund 3.500 Kampfpanzern und 2.500 gepanzerten Transportfahrzeugen sind Nordkoreas Streitkräfte quantitativ gut aufgestellt. Mit 21.000 Geschützen stellen sie sogar die größte Artillerietruppe in Asien. In den vergangenen Jahren haben mehrfach Artillerieeinheiten aus dem Norden in den Süden gefeuert. Auch mit ihren 80 Kampfhubschraubern übertrifft die nordkoreanische Armee die des Südens. Die USA, die Schutzmacht des Südens, haben für den Pazifik Raum 5 Flugzeugträgerkampfgruppen aufgestellt. Ihnen voran steht jeweils ein Träger, der gut 85 Flugzeuge und mehr als 5.700 Soldaten an Bord hat. Momentan deckt die USS Carl Vinson den Raum vor Nordkorea ab. Zu ihrem Verband gehören zwei Jagd-U-Boote, bis zu drei Zerstörer, zwei Kreuzer sowie ein Versorgungsschiff. Der Verband ist mit BGM 109 Tomahakmarschflugkörpern bewaffnet, der Ziele in bis zu 2500 Kilometern Entfernung bekämpfen kann. Auch von U-Booten könnten dann Raketen auf Ziele in Nordkorea gefeuert werden. Dieser Flugkörper lässt sich sogar mit einem kleinen Nuklearsprengkopf bestücken. Ein Krieg zwischen Nord- und Südkorea beginne vermutlich mit dem beidseitigen Beschuss mit Artillerie und Raketen. Auch die USA dürften, sofern sie in den Konflikt eingreifen, zunächst Cruise Missiles auf Nordkorea abfeuern. Diese Rakete würde dann hauptsächlich von Lenkwaffen zerstören und anderen Kriegsschiffen abgeschossen. Zu einem solchen Angriff dürften die USA einen Flugzeugträgerverband näher an das Einsatzgebiet heranziehen. Tiefliegende Bunkeranlagen sind kaum zu erreichen. Der Beschuss mit Cruise Missiles dient vor allem dazu, die gegnerische Luftabwehr auszuschalten. Danach können spezielle Kampfjets aufsteigen, die zum Zerstören des feindlichen Radars entwickelt wurden. Wenn dies geschehen ist, wären die Nordkoreaner quasi blind und hätten einem Flächenbombardement durch B-52 und B-2 Bomber der Amerikaner nichts mehr entgegenzusetzen. Nicht zerstört würden dabei aber tiefliegende Bunkeranlagen. In solchen Festungen könnten die nordkoreanischen Streitkräfte versuchen, mit Nuklearsprengköpfen Faserhähne Mittelstreckenraketen zu lagern. Mit diesen Waffen würden sie dann nicht nur Südkorea attackieren können, sondern auch Japan und amerikanische Militärbasen im Pazifikraum. Ob Nordkorea einsatzbereite Langstreckenraketen hat, die eine atomare Last mit verheerender Wirkung an die amerikanische Westküste tragen könnten, ist unklar. Aufhalten ließen sich die Raketen wohl nicht. Militärexperte Joe Zirischen geht davon aus, dass die Abwehrsysteme in Südkorea und Japan damit überfordert wären. Bei den jüngsten Tests flogen die Raketen zu hoch, um von Patriot- oder Tatsystemen erreicht werden zu können und auch die Aegis-Zerstörer der USA, die ebenfalls zur Abwehr von Flugkörpern ausgelegt sind, hätten damit laut zirischen Probleme. US-Geheimdienste gehen inzwischen davon aus, dass Nordkoreas Techniker in der Lage sind, Atomsprengköpfe auf Raketenniveau zu verkleinern. Bis zu 60 Atombomben soll es in Nordkorea geben. Dazu verfügt das Militär laut dem Verteidigungsweisbuch Südkoreas über einen Vorrat von 2500 bis 5000 Tonnen an chemischen Massenvernichtungswaffen. Auch das Wissen über die Herstellung von Biowaffen wie Antrax und Poppen ist demnach in Pyongyang vorhanden. Für China ist sehr bedenklich, dass die meisten der nordkoreanischen Militäranlagen, inklusive dem Atomkraftwerk Yorbyon, näher an China als an Südkorea liegen. Falls das Regime der Kims daher wirklich einmal zusammenzubrechen beginnt, geht man beim Istinktank Rand Corporation davon aus, dass dann sowohl die USA als auch China Soldaten schicken würden, um die Massenvernichtungswaffen im Norden zu sichern. Dann würden Truppen beider Staaten dort aufeinandertreffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017